Ihr wollt wissen, was mit den Raffinerien passiert? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen uns um die Raffinerien da oben kümmern. Das eine Projekt haben wir ja soweit abgeschlossen. Ich habe auch die ganzen Anschlüsse schon mal gemacht. Das zeige ich euch jetzt gleich noch. Aber ich möchte gerne mich schon mal um das beste Zeug hier. Oxid, Aluminium, Gedönse. Kümmern. Ich habe gerade mächtig Fragen. Ach, so läuft das. Okay. In meiner Liste hier, ich soll einmal irgendwo so ein bisschen Sloppy Alumina machen. In einer Cafinerie. Und in einer zweiten wird halt Aluminum Solution gemacht. Das ist ein bisschen seltsam, aber es scheint hier wohl Sinn zu machen. Und gucken wir uns das mal an. Petroleum Coke haben wir. Das heißt, wir können in den Bereich der Aluminiumverarbeitung schon mal reingehen. So, dann können wir mal eben gucken, wie viele wir brauchen. Wir haben erstmal... Brauchen wir eine für diese... Also 0,738. Oh, hier ist eine Piste. Alles nehmen. Hier rein. Boah, Sloppy Alumina ist das westlicher? Ja, eigentlich schon. Dürfte, weil da kommt genau das raus, was wir brauchen. Wir müssten jetzt... Ähm... Das ist schon mal ganz gut. Aber das sollte man vielleicht nicht auf der machen, weil wir kriegen das Aluminium und das Wasser von der Seite. Das heißt, wir fangen dort an und sagen einmal... Äh... Papieren, weil hat keine Einstellung. Und da müsste hier jetzt der sein, ne? Sehr gut. Also machen wir ganz vorne noch. Was sagt mein Inventar? Mein Inventar sagt, ich habe die Pupons mitgenommen. Okay. Komm mal. Ähm... Wir fangen hier einfach nochmal mit dem Aufbau von vorne an. Weißen die alle ab und machen das dann einmal in ordentlich. Mal schauen, da liegt wieder eine Kiste. Was haben wir da jetzt drin? Nicht, dass wir brauchen. Das werden wir brauchen, aber... Irgendwas eben beiseite liegen. Wir wissen ja, da ist... Wir stellen den Spaß auch nochmal anders auf. Da kommt jetzt auch eine Kiste hin, ist mir klar. So, wir fangen mal ganz von vorne an. Grüne Wiese und so. Wir wollen gerne... Da ist der Eingang. Ich möchte dahinter zwei frei haben. Das heißt... Da ist eins, da ist zwei. Durchsetzen wir... Jetzt noch nicht ganz an den Rand. Sieht mir eigentlich aus. Wir hängen schon einen drüber, aber wir können ja immer noch... Es ist ja nicht so, dass wir hier nicht Platz hätten, um noch zur Seite zu gehen. Okay. So, hier müsst ihr jetzt alles für die Einrichtung sein. Perfekt. Gut. Da haben wir gesagt, machen wir... Wässriges Alu-Oxid und zwar... 177,155. Fertig. So, wollen wir das haben. Das Zeug geht jetzt in... Hier kommt man in fünf Stück rein. Beziehungsweise hier haben wir... Okay, daneben stellen wir nochmal fünf. Die... Ja, okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Hätten wir das schon mal. Ihr macht alle... Was ihr braucht. Sackt das gleiche Zeug, oder? Ja, wir brauchen Wasser. Faszinierend. Also, ihr braucht Wasser. Und... Ihr macht daraus... Aluminos Solution. Das ist der Grund. Wir brauchen den Quarzsand. Einstellung kopieren. Jetzt gehen wir aber hin. Und ändern hier um, weil wir müssen... Ist das jetzt ein 996 oder ein 998? 998. Ähm... 99,8. Wie viel kommt dabei raus? An Quarzsand 49,9. Wir brauchen aber Quarzsand... Irgendwas, 0,9. Perfekt. Das nehmen wir so. So. Jetzt gehen wir hier hin. Einflügen. 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 Okay. Jetzt müssen wir einmal zusammenrechnen, und wir brauchen... ... was wir brauchen. Moment. Wir brauchen... ...wups. 603. Also schon mal... ...über zwei... ...ääh, über eine Leitung. ...und dorthin geht auch noch mal. Okay, 710, würde ich sagen. Wir sind dazu grob. 112. Irgendwie sowas. 712. Das heißt, wir brauchen hier... ...zweimal Wasser. Eine dicke, eine dünne Leitung. Kriegen wir hin. Was mich so ein bisschen... ...stört an der ganzen Sache ist, dass das Wasser auch noch... ...ähm... ...wie heißt das... ...von den einen... ...in einen Raffinerien... ...wieder in die nächsten reingehen. Das ist halt... ...pull. Guck mal mal. Ähm... ...180 brauchst du. Wir sind aber bei 360. Das ist jetzt lustig. Äh, 540. Ab hier müssten wir zufüttern. Dann haben wir hier 180. Ähm... ...60 bleiben. Über müssten schon mal 120 nur noch rein. Hier noch mal 180. Irgendwas stimmt in meiner Rechnung gerade nicht. Logischerweise, weil ich bei 800 bin. Ja, okay. Äh, funktioniert wieder super. Okay, dann gucken wir mal. Wie schließen wir den Spass denn jetzt schon mal hier an? Oder wollen wir das später machen? Ähm... Okay, machen wir besser jetzt. Förderbandsplitter. Die setzen sich da hin. Ähm... Einen noch? Warte ich noch einen oder... ...ziehe ich das einfach... Hier ziehe ich da dann die Kurve. Ah. Wasser geht hier los. Aber ist schon mal falsch. Äh... Nehmen wir mal eine andere. Ja. Damit sollten wir irgendein mal einpünzeln. Na? Na? Doch, meine Rüste. Okay, jetzt brauchen wir ganz hinten noch mal Wasser. Beziehungsweise. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Perfekt. Boah, das ist jetzt die Frage. Ja, das heißt, wir können dann auch viel drüber stellen. Dann ist das egal. So, das machen wir. Nochmal. Ja. Ne, Mark II kommt hierhin. Mark II Pipeline. Und dann müssen wir eine oben drüber setzen. Sonst hast du auch in der Mitte noch mal einen. Habe ich gesagt, nach drei Stück. Eins, zwei, drei. Das heißt... Da hin. So. Hier geht der Spaß da hin. Und hier geht der Spaß da lang weiter. Und dort oben drauf. Und die 300er Leitung. jetzt schnappen wir uns den Kollegen. Zwei. Ein. Hier. Fünf. Das geht alles da rein. Danach nehmen wir uns den Kollegen. Jetzt sind wir da hin. Hinten runterfallen kann ich gerade nicht, weil da ist ein Förderband im Weg. Das heißt, nämlich den Teil habe ich hier schon mal fertig. durch sein. Zack. Jetzt fehlt nur noch der Anschluss von hier da rein. Und damit wird hier zugefüttert. Und gut ist. Da muss Bauxite drauf. Habe ich dort. Okay. So, das hätten wir. Schiebe ich mal eben kurz rein, wie wir das... Ja, machen wir. Ähm... Moment, ich muss hier hochkommen. Nein, natürlich nicht. Das heißt, ich muss hinten ran. Das geht natürlich auch nicht. Okay. Okay, also. Äh, fangen wir an. Wir haben eine Roh... Äh, eine... Wie ist das denn mal? Nochmal. Äh, Heavy Oil Residue. Also, äh, Schwerölrückstände. Meine. Äh, die gehen hier runter, werden in den Mixern vermixert und kommen hier als Sprit wieder hoch. Da fehlt, glaube ich, noch eine Pumpe. Ähm... Hier, guck mal, hier ist es genau umgekehrt. Hier habe ich die Förderbänder oben und die, äh, Leitung unten ist auch schön. Ähm, Einmal eben, äh, einmal eben so, äh, ein bisschen Jump'n'Run. Ähm, hier muss noch Wasser dazu. Weil hier wird aus dem Zeug erst mal Gummi gemacht. So, das Gummi geht wiederum hier vorne raus. In die Richtung wird hier vorne gemerged. mit Gummi, das von da hinten kommt und geht in die Richtung hier in die Kollegen rein, weil die machen Plastik. Der Kunststoff wiederum geht raus und nirgends wohin scheinbar. Nicht angeschlossen? Tatsache, noch vergessen. Guck mal, gut, dass wir nachgeguckt haben. Naja, nee, war, war schön interessant aus, aber muss jetzt nicht sagen. Nein, da. Weil das geht nämlich nach hier hin und geht hier nach hinten weg. Und dann wieder in, äh, den Kollegen hier rein. Der macht nämlich aus dem Kunststoff wiederum Gummi. Aber gleichzeitig habe ich hier noch Platz. Genauso hier oben, weil hier kommt das ganze Gummi auch irgendwie durch. Hier kann ich Gummi abgreifen und hier unten kann ich Plastik abgreifen. Das heißt, ich brauche ja nicht alles an Kunststoff und Gummi, was da hinten hingeht, sondern ich brauche einen Teil, der wieder hier zurückkommt, den ich da rausnehme. Das mache ich genau hier. Und hier oben, da ist nochmal eine Besonderheit. Irgendwie hier hochkommen. Nämlich dieser Splitter. der von dem, ähm, da hinten geht halt Gummi lang, das kommt hier wieder an, wird hier mit draufgepackt und würde eigentlich da wieder weggehen, wird aber nochmal abgezweigt hierhin, damit es eben in diesen Splitter mit reinkommt. und, ähm, ja, dann hier über den Merger wieder dahin weg. Genauso ist das hier, hier muss ich ein bisschen tricksen wegen Höhe und so, da geht unten der, äh, das Gummi raus, kommt hier oben rum und geht auch auf dieses Band, damit es dann hier abgeschoben werden kann. dann sollte das eigentlich alles passen. Wie gesagt, Petrolpux von da muss hier nicht runterfallen, sondern da vorne hin. Ähm, mal gucken. Könnte ich doch eigentlich, wenn ich jetzt gerade schon hier bin, fusionatornieren, weil sonst kommt hier ja nichts aus aus dem, ne? Wir machen das aus dem. Sag mal. Danke. Da hin. das war zu weit gesprungen. Arm her. Und dort. Der hintere wird einfach direkt angeschlossen. Okay, jetzt weiß ich, was Kibitz meint. Äh, Bänder, Förderbänder werden ein bisschen laggy. Ich mein, der Safe Game ist jetzt auch schon tausend Knackstunden alt. Ähm, hier ist halt mittlerweile so viel passiert, dass es wirklich wir langsam ans Item Limit wahrscheinlich irgendwann rankommen. Und, äh, deswegen sage ich ja auch schon, wenn wir die Atomkraftwerke fertig haben und die goldene Tasse, dann kümmern wir uns um eine neue Form von, äh, Let's Play. Aber das möchte ich doch wenigstens mit euch noch zu Ende machen. So, wir ziehen das jetzt hier schön in die Mitte. Wow. Und dann einmal hier mittig durch. Dann haben wir den Petrolpux schon mal hier an. Ist doch super. Äh, den brauchen wir nämlich auch hier ganz hin. Perfekt. Und das Band geht auch genau bis hier an. Nein, nicht da durch. Boah. Okay, es hätte ja theoretisch auch klappen können. Aber auch nur in der Theorie. Hm. Dann machen wir einfach mal eben neu. Also, soviel kann ich euch verraten. Das Ganze ist performancetechnisch noch nicht so optimiert. Ich muss weg. Sag mal. Danke. Danke. Also, hier muss noch ein bisschen was getan werden, damit das rund läuft. Aber trotzdem. Ich finde diese Blueprint-Neuerung echt nett. Mal gucken, wie wir das jetzt machen. Okay. Ähm. Die Solution. Geht's? Scheiße, da muss ja noch mehr. Ich muss das andere auf. Okay. Wahrscheinlich muss ich das nochmal auf 600 hoch machen, die anderen Leitungen. Aber ist ja nicht so ein Problem. Ähm. Ach nichts. Wir setzen die jetzt davor, weil, was jetzt kommt, sind halt fünf Stück, die mit dem Illumina-Scrap da bearbeitet werden sollen und gleichzeitig Flüssigkeit rausgeben. Kommt da. die Flüssigkeit geht da rein. Wir wollen die nicht so haben. So rum. Geht ein Feststoff der da? Ja, haben wir. Das heißt, wir lassen ein bisschen mehr Platz. Schauen wir uns das vielleicht hier nochmal an. Das ist etwas besser. Ich würde behaupten, dass sie nicht raus. Schauen wir gleich mal. Zwei. Drei. 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 Und hier die. Genau. Dann sollte das passen. Da ist etwas mehr als einer. Passt schon. Okay. Wie machen wir das? Ich glaube, in dem Fall wäre es wieder gut, Bänder nach oben zu setzen. Und genau. Hier muss. Wobei, wenn ich die. Ja. So machen wir das. Das heißt, wir ziehen uns von. Wie haben wir denn da überhaupt? 177 plus da nochmal 600. Sollte alles kein Problem sein. Ich ziehe die vorher wieder raus. Lassen wir das auf einer 600. Ich glaube, das passt, auch wenn es erstmal nicht so klingt. wenn ich das so mache. Und dann den drüber setzen. 1, 2, 3, 4, 5, oder? Ja. Richtung, das sind die, die schräg von da nach oben kommen. Und dann setzen wir nochmal einen drüber. Das ist das Petrolpux, das reinkommt. Das packen wir dorthin. Jetzt müssen wir einmal gucken. Die Splitter müssen auf die Höhe. Jetzt müssen wir einmal ausprobieren, wie sieht's aus mit Förderliften. Vielleicht noch was andersrum, weil das sieht irgendwie nicht so aus, als bitte wirklich... Ich bin da definitiv zu nah dran. Warum? Ich weiß nicht, das ist nicht so richtig. Gucken wir einmal, wie das hier aussieht. Okay. Charm. Was ist das, was ist denn? Da muss ein Prisionator hin. Der ist daneben. Wir kriegen das heute noch hin. So. Also das würde funktionieren. Wie sieht das denn aus? Da würde auch noch funktionieren. Das heißt, wir können das Ganze weiter rübersetzen. Ich mache das jetzt mit Absicht einmal so, damit ich hier irgendwie eine Führung habe. Wir brauchen das dahin. Das würde doch reichen, ne? Müssen wir jetzt einmal ausprobieren. Weil ich es natürlich zu eng gebaut habe. Aber ich will die jetzt nicht wieder alle abreißen, neu hinsetzen. Das wäre ein bisschen dran. So, wenn du jetzt funktionierst, wäre natürlich mega. Das F-Wort. Was ist denn? Ich habe jetzt noch eine Möglichkeit. Oh, nochmal weg. Ähm. Da war zu hängen. Da stand er vorher. Und da hinzusetzen. Und da hinzusetzen. Und dann, die hätten wir doch. Mal gucken. Okay. Warum nicht durch? So. du würdest passen ich jetzt den nehme oben hinsetzen dürfte auch klappen okay das ist so müssen wir es machen ich verstehe dann haben wir hier unsere neue linie auch noch mal eben ab du gehst auch noch mal eben weg und die zwei ebenfalls du gehst dahin da oben drauf und du gehst dahin glaube ich das sieht gut aus du kommst hoch ich habe mir jetzt gesagt eine zeug da draus geht unten hin das was rein geht aber oben also immer jetzt ein hier fertig machen wir noch mal weg du machen wir noch mal weg was ein deutsch dann habt ihr ungefähr vorstellung was ich hier überhaupt ob jetzt hier oben drauf ist jetzt der schwierige part schließt er an oder muss ich die separat setzen optisch würde ich ja behaupten ich muss die separat setzen aber das wäre dann auch kein problem aber wenn ich jetzt den hier dran packt stehen die aus irgendeinem grund nicht genau gegenüber hier passt es hier passt es hier passt es nicht mehr muss ich es doch nochmal neu setzen kein problem schräg von oben dann funktioniert das nicht mehr logistik den kollegen und dort oben rein er ist definitiv angeschlossen bei dem hier bin ich mir nicht sicher werden wir dann aber herausfinden und hier unten ich ziehen wir durch ist etwa 12 ich bin zwar 12 sondern er so und hier hatten wir uns den kollegen hin uns ja den kollegen dann geht das da rein und du machst mir aluminium schrott du machst mir diesen aluminium schrott sehr gut das packen wir jetzt hier einen alle rein müssen dann irgendwie das packen wir drei eins nicht ab 200 pro minute muss ja ein bisschen mal so muss das dann passt das wird eine komplizierte hier ja ich sag mal das war für heute und euch gefallen hat dann das war ein abo da glocke nicht vergessen daumen wäre großartig kommentar freue ich mich riesig drüber damit achtet gut hier vielen tschüss und 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 und